Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer zu Hause, liebes Internet, heute Abend geht's wieder los. Aber wenn ich wieder sage, muss ich sagen, dass eigentlich nur die Vergabe eines Goldenen Umberto bereits einmal stattgefunden hat. In diesem Rahmen, in dieser Größe, in dieser Opulenz ist es eigentlich noch nie irgendwo im Fernsehen gelaufen. Wir haben heute die Awardshow, die Verleihung des Goldenen Umberto 2014 im Rahmen von Zirkus Halligalli. Wir haben alles rausgeräumt. Es ist glamourös, es ist Glanz und Gloria. Das hat das deutsche Fernsehen so noch nicht gesehen, meine Damen und Herren. Heute gibt es Nominierte, Ausgezeichnete und eine Herrscher von Gefühlen, die aus Leuten rausbrechen werden, von denen sie selber nicht die Ahnung hatten, dass sie überhaupt in sich tragen. So, Klaas hat jetzt eine Minute gesprochen. Ich sage einen Satz, der reicht, um zu wissen, dass Sie da zu Hause einschalten. Wir haben Moneyboy rotzevoll in der Show. Ja, haben wir auch. Bis gleich. Ciao.